Liebe Kundinnen und liebe Kunden, ein ereignisreiches Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Und wir möchten gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf all die positiven Entwicklungen und Erfolge werfen, die wir zusammen erleben durften. Ein Meilenstein für uns war zweifelsohne der Bezug unseres wegweisenden neuen Novo Tegra-Lagers, in dem wir beide gerade stehen. Ein Bauprojekt, das in seiner Vision und Ausführung für eine nachhaltige Zukunft steht und neue Standards setzt. Auch Sie haben in diesem Jahr beeindruckende Energiekonzepte entwickelt, unzählige PV-Anlagen ans Netz gebracht und so einen sehr wichtigen Beitrag für eine grünere Energieversorgung geleistet. Wir sind stolz darauf, was wir in diesem Jahr alles gemeinsam mit Ihnen umsetzen konnten und freuen uns schon sehr im nächsten Jahr auf viele weitere innovative Projekte mit Ihnen. Doch was hat uns 2023 bewegt? Der Photovoltaikmarkt hat sich im vergangenen Jahr von einem Extrem ins Andere gewandelt. Von Warenknappheit bis hin zu sehr guter Warenverfügbarkeit. Eine dynamische Entwicklung, die wir in dieser Form selten erlebt haben. Doch wir sehen darin Chancen und Herausforderungen, die uns antreiben und inspirieren, auch im kommenden Jahr erfolgreich zu agieren. Ein neues Jahr steht vor uns voller unbekannter und spannender Perspektiven. Welche Impulse wird die Politik setzen? Wie werden sich die Entscheidungen der Endkunden gestalten? Welches politische Umfeld erwartet uns? Fragen, auf die wir gemeinsam Antworten finden werden. Positiv ist und bleibt, nach der Knappheit in den letzten zwei Jahren sind endlich wieder genügend Waren in allen Produktkategorien da, um all unsere gemeinsamen PV-Projekte zu realisieren. Und das wird uns helfen, weiter an unserem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, Solarstrom auf jedes Dach zu bringen. Denn Ihre und unsere Arbeit für eine CO2-freie Energieversorgung ist heute wichtiger denn je. For our planet. Wir möchten uns herzlich bei Ihnen für Ihre Treue in diesen bewegten Zeiten bedanken. Ihre Unterstützung motiviert uns, auch im kommenden Jahr mit voller Energie für Sie da zu sein. Wir sind bereit. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen besinnliche Weihnachten, erholsame Feiertage und einen fröhlichen Start ins neue Jahr. Möge es mit Freude, Erfolg und zahlreichen gemeinsamen Projekten gefüllt sein. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Bleiben Sie gesund!